Boah, alter! Hey, was geht ab YouTube? Passt grad richtig gut, ey. Herzlich willkommen zu Let's Play Ark Survival Evolve. Und wir machen uns jetzt auch den Weg in die Höhlen. Bei Bugs, dein Adler schwebt hier rum. Also viel Spaß beim Zuschauen. Geh gleich gucken. Warte, ich lande fix. Armin. Bauen wirfen, hast du einen falschen dabei? Nee. Brauchte nicht. Brauchte nicht. Ich hab jetzt einen besonderen Vogel auch komplett vollgemacht mit Ersatzwerkzeugen etc. Wird hier oben einmal kurz zwischenlanden. Stamina ist alle. Easy. Kein Problem. So pass auf, die sind manchmal richtig hohe Löwen. Oder Skorpione. Oder Skorpione. Oder Skorpione, ja. Skorpione wären ja schon lustig. Oh, wieder fertig. Ja. Mach mal eben da mal an. Vollwurfen. Ja, nämlich. Ja, los drunter. So, wo es gesmont da? Fliegt einfach hinterher gesmont. So. Ja, einfach da vorne die Insel. Achso. Die hat, äh, etwas weiter rechts noch, oben an der Spitze noch so eine kleine Insel. Quasi, ja, gegenüber von der kleinen Insel ist genau der Eingang zur Höhle. Ah, okay. Also einfach da drauf zu halten. Und hier kommt auch oft, äh, da wo jetzt gerade der blaue Erdrob ist, kommt oft ein roter Erdrob. Was war blau nochmal für ein Level? Blau ist das ganz erste. Ja, 10 glaube ich, oder so. Ja. Ich glaube, weiß, blau, lila, dann kommt grün, dann kommt gelb, dann kommt rot. Noch ein Zwischengeld und rot. Ja? Hallo Ulf, ich mach da unten, bevor wir übers Wasser fliegen, grad eben mal noch. Noch mal inzwischen stopp. Weil sonst landen wir wieder Bonsai im Wasser. Noch, du hast noch genug stamina gehabt. Oh, hier sind Heile. Ich hab dich. Nein? Nein, nein. Mach nochmal. Ja. Ganz viele Heile. Ne, nur einer. Auf der Insel hätte man auch geil ne Base bauen können, weil man so schlecht hinkommt, wenn man nicht auf der Base ist. Der hatte doch, Dingens, das letzte Stück ihrer Base. Chaotix. Und meinst du vor dem Eingang? Oh, T-Rex. Oh, T-Rex. T-Rex. Zwei T-Rexe. Die hier mit Adlan kämpfen. Oh ja, hier. Die Level haben die, Maulwaffen. Level 3. Alter, und Skorpione und Kanus und was eben hier alles. Deswegen, dem muss auf jeden Fall gleich einer auf die Viecher aufpassen. Achso, ja. Der Kunter, den hab ich gern vergessen. Sag mal. Ja, ey, lass mich jetzt bei den Kanus raus. Ja. Oh, Alter, du bist ja geil, ey. Wir sind jetzt alles erst mal um, oder? Ja, sicher. Gegen drei Kanus. Du bist nur drauf, ey. Ich hau erst mal. Ey, lässt ihr mich bei den Kanus raus? Oh, da ist der T-Rex, Alter, ey. Hier sind zwei T-Rexe. Ja, wir müssen die T-Rexe wegfremden. Warte mal, ich kann mal den hier aus Wasser rauslocken. Den Affe. Ins Meer. Max, brauchst du noch Holz? Ein bisschen rum. Tatsache, Alter, ist der dumm. Ja, aber ich grad sowieso Sammler, und deswegen... Ja, dann ab in die Tiefen, du Apfer. Also eigentlich brauch ich jetzt Chitin. Äh, komm. Willst du der machen? Jam, jam, jam. Jam, jam, jam. Lecker, lecker. Ja, genau. Jam, 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 jam. Ach, unendlich viel. Und vier für die Metalltür. Ich hab knapp hundert Schitin. Oh, Schrappion Level 9. Also ich hab... Keratin ist der auch. Oh, ey. Keratin ist mir auch egal. Von mir war Keratin. Das nervt jetzt grad ein bisschen. Ich hab 300 insgesamt. Kann der nicht mal vom High angedürfen werden oder so? Oh, ey. Ich würde auch gegen Munition tauschen oder so. Bringt mir in dem Sinne nichts. Jetzt muss ich hier gegen die scheiß Adler kämpfen. Leckt mich doch. Ich glaub, da müssen am besten noch zwei aufpassen. Guck mal, wie weit der rauskommt, ey. Oh, Mann. Oh. Der hat nen Drecksack. Der kriegt uns eh nicht. Der kommt vor allem nicht mal langsam. Aber der versucht es trotzdem, verstehst du? So, ich mach mal was. Äh, wo kann der denn her? Der ist alles voll mit Schögel, ey. 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 Hey, ich mach... Im T-Rex, du schießt das halt mich ab. Nein, nein. Der ist das eine hintereinander nicht getroffen. Wir haben auf den Arsch geschossen und du warst am Kopf. Geh doch mal unten jetzt, du Opfer. Was ist der Typ, Junge? Was ist los mit dem? Der ist übel auch, ja. Der ist voll agro, ey. Also der mag dich anscheinend. Oh, jetzt ist er glaub ich verbuggt. Jawoll! Der erste ist verbuggt. Der hängt jetzt auf dem Meer fest. Der ist bestimmt tot. Hast du nen Ferngas? Ne. Schade, hättest du mal gucken können. Der ist jetzt bestimmt tot. So. Jetzt ist bei uns auch alles tot. Jetzt kann ich erstmal skillen. Kommt ein Stück mit über 1000 Holzeinheiten hoch hin. So. Seid ihr denn, Jungs? Hier. Hier vorne. Marcel. Ja. Guck mal bitte, da im Meer steht ja ein T-Rex. Guck mal bitte mit ein paar Gnads, ob der noch lebt oder ob der jetzt schon tot ist. Ich glaub der ist gestorben. Auf der Insel ist noch ein Kanon. Ja, da sind zwei. Hei. Hei davon. So, ob ich hab den noch lebt. Warte mal, ich muss mal die Gamma hochstellen. Aber zügig. Boah, zackig. Und nen Lund. Oh, guck mal da fliegt nen Hai. Und nen Tiger. Guck mal den T-Rex. Der wird nix angezeigt. Der ist so draußen in Sleeping Welt, oder? Guck mal den Fernklass, aber der zeigt mir nix an. Ja, ja, draußen hinten hängen, genau. Entweder findet's direkt von meiner Adler. Tote da an, kann ich schon das einvermeiden. Komisch, ich krieg nix angezeigt. Ja, ist so k***. Verpackt. Ja, nein. Haben wir den genau weit genug rausgezogen. So. Also, ich hab mir einen Schlafsack rausgenommen und ich planze den... Skorpion kommt. Hey, hey, hey. Pass auf den Vogel. Dings auf, Vogel. Bitter. Alles tot. Er hätte was dabei gehabt. Da ist noch einer. Ja, der ist da irgendwie hingebuckt. Feuer setzen? Müsste aber eigentlich tot sein. Tot aus. So. So. Hier ist der Eingang, oder was? Oh. Oh. Was denn? Ich hab aus Versehen einen Vogel überhauen. Ja, meinen wahrscheinlich. Aus Versehen, ja. Voll ins Gesicht. Ja, guck dir mal das Leben an. Schau auf, was du angerichtet hast. Ja, ich weiß. Bin mir auch voll ein. So. Typ, was ist nicht du alleine. So, halt auf. Hey. Ich hab da gelegt den Vogel. Es hat sich schon bewährt, ähm, gerade, äh, vorher... so lange aus, weil wir kein Fleisch haben. Doch, 13 Stück sind schon drin. Ja, alles klar. Voll bewährt, den zu killen. Äh, den auch Leben zu skillen, weil sonst wär' ich jetzt schon tot. So, ich hab auch noch mal zwölf Fleisch. Da näht mir die Viecher auf der anderen Ensen noch um? Wollen wir hier reingehen, oder? Jo. Sollten wir, glaub ich, oder? Da sind noch zwei Skorpione, ein Raptor, und ich glaub noch irgendwas. Ja, mach schau. Ja, mach schau. Ja, mach schau. Ja, ich glaub, der Bernd schafft das. Oder? Ja. Alles klar. Also hier ist ganz wichtig, hier müsst ihr gut springen können. Springen? Was? Ja, hier müsst ihr echt gut springen können. Also, hier sind viele Sprungpassagen. War, äh, einfach mehr nix dabei. Bekunde noch ein bisschen Fleisch. Okay, dann komm ich wieder zurück. Schlafsack, hat ihr ja noch einen Schlafsack? Den Vogel. Ja, jetzt hab ich den Leck. In welchem? Eisenkralle? Nee. Eisenkralle, ja. Doch, da müssen Schlafsäcke noch drin sein. Hier der Höhlen-Deck sollte vorüber sein. Ja. Du bist eigentlich Eingang zu der Höhle so arschdunkel. Das ist mal die Hälfte vom Stimmonantier. Bei mir ist das ja voll am Leuchten, ey. Hören, wieviel Bugs, wieviel brauchst du noch? Wieviel Holz? Bitte? Wieviel Holz brauchst du? Ich komm mit 1300 Einheiten hoch. Wovon? Holz. Leider nur Holz. Ach, so ein paar hundert, reicht. Ja, ab hier wird's bei mir auch, ey. Genau ab hier, wo die Wood Foundation sind. Ja. Was, ey? Braten wir uns denn drin, Fleisch? Weil ich hab nichts, wie gesagt. Ja. Ja. Ja, oder hier draußen, halt. Dann kommen wir eh wieder zurück. Unten. Und oben. Richtig, ganz genau. Ja, ich mach dir um die Trinkflaschen klar. Vor den Ladebacken. Ja, ja, das ist normal. So, jetzt sammeln wir uns alle einmal hier. Marcel kriegt jetzt wahrscheinlich auch einmal den Ladeback. Okay, anscheinend nicht. Gut. Einmal ducken und hier durch. So, hier ist ne ganz, ganz kleine Taufassage. Also, wer draußen wartet, es regnet, ne? Ja, wir sind direkt am Wasser. Alles klar. So. Weiter geht's. So, hier ist der erste Sprung. Was mit den Pilzen, kann man die abbohren, äh, Dingsen hier, ne? Max, kommst du nach vorne, dann kannst du mir ein paar Holzschalter abnehmen hier. Weitersprung. Hm, wo soll ich hin? Äh, vorne zur Schleuse. Festteil, kann man abbauen. Ja, okay, ich komm. Sekunde. Hier sind schon die ersten Spinnen. Fabian. Oh. Wir teilen am Ende auf, oder wie machen wir? Ja, klar, wir teilen hinterher so wie du alles auf. Der hier ist verbuggt, den kriegt man nicht, den kann man abbauen. Hier ist der nächste Sprung, bitte nicht vorsinge. Okay. Unterfall einfach Fallschirm auf und unten ist irgendwo... Ich hab keinen Fallschirm mit. Hier, Mammut. Ich hab eins in der Amkylo, oder? Der von Lutz anscheinend. Du Wixi, ja, Alter. Wollt ich noch gehen? Warum werden denn meine Namen alle nicht mehr reingeglendet? Psycho, Psycho wurde gekillt. Du kannst das ausstellen, hast du Backspace gedrückt? Kann sein. Boah, guck dir das mal an, Alter. Guck dir mal die Viecher an. Alter. Achso. Hast du auch schon im Video gesehen, was du? Aber so, hast du auch so heftig? Ja, klar. Jetzt sind doch noch mehr. Was meinst du, was die respawnen, Junge? Alter. Die spawnen richtig schnell. Ach du Scheiße. Kann man da echt so leicht drüber springen? Ja. Total easy alles. Ja, passt auch. Ne, die machen richtig Schaden, die Scheiße. So, jetzt ist das nicht weiter. Warte mal. Ey, krieg ich die ganze Zeit von euch Schläge ab? Das gibt's doch gar nicht, ey. Ja, ich bin... Weil die anderen sind nicht hier. Doch, ich bin hier. Ich hau nach oben die ganze Zeit. Wo ist die... Wo ist die Leiche von Gizmo? Wo ist die Leiche von Gizmo? Wo ist die Leiche von Gizmo? Kein Rucksack, wo? Kriegt nämlich nichts, deswegen fahr' ich hier. Ja, dann zeig' ich das hin und das ist gut. die haben ja mal richtig abgezogen gerade eine der wenigen höhlen wie ich ja echt richtig dumm ist das wenn du zu schwer bist kommt sich durch die tür aber ansonsten irgendwie habe ich vorhin auch mal ein problem gehabt aber es liegt an der rampe die gibt durch den dings durch glaube ich also dass ich nicht richtig gesetzt ist das korbieren achtung die schon die meter durch geht durch und dann kackelst du an der stelle richtig dumm irgendwie ist man da ja wie soll das denn gehen also ich sehe ihn nirgendwo an den fallschirm droppen wenn du runter jumpen möchtest hier direkt neben dir ist eine flitter maus hast du es gefunden was sie denn nicht mich hauen da gibt es schon die ganze zeit rum hier ist das fallschirm auch wenn ich jemand treffen würde ja ich springe jetzt bestimmt nicht in die tiefe und dann hinterher ist ja nix ja deine entscheidung ich hab noch einen ich würde mitkommen dann gehen wir halt dann gehen wir halt den normalen weg runter dann kommt ein bisschen mehr gas fertig zumal ich aus den kristallen hier nur steine rauskriegen alter achsel sprung passagen an alle wie viel essen verbrauche ich denn hier das ist zu viel weil der dich die ganze zeit hochhalts ok die kommt nicht mehr jetzt ist sie da wo seid ihr denn einfach immer weiter was geht wo ich hier lang soll ich kann ja auch gar nicht springen oder kann ich hier springen also falsch und natürlich nicht einfach immer weiter so sammeln wir dich auf dem weg nach oben wieder ein alter ich sehe euch auch da wissen aufpassen äh ja gut welche müssen da oben stehen bleiben wenn man gewehr munition gemacht hat kriegte man da eine oder zwei einmal produzieren bis jetzt zwei munition das war kenne ich nur mit zwei so hier ist ein feuer hier sind die dingen nehmen wir direkt wieder mit zack der borra an die wir jetzt das war vielleicht sprachen ich habe genug fleisch dabei was sollst du dabei dabei mein lut und war ich trau mal 20 fleisch rein kein holz da war eigentlich nichts ohne holz und kein holz es war ein lud drin gewesen ich dich hier runter das scheiße wo sollen wir sonst denn da ist bestimmt irgendwo weggeglitscht ja oder lassen wir mal wenn kannst du ein bisschen ding voll zacken ja jetzt kann ich nicht mehr rennen hier kommt das artefakt in einer geschwindigkeit nein ich brauche was zu essen deswegen sind wir rohes fleisch ja rohes fleisch habe ich ja essen essen wir ein bisschen leben ab ist nicht so viel ja ich habe nur noch ein halbes leben das mal ja dann gehen wir wieder oder du bist umgekehrt wo bist du ich auch gleich sterne kommt schon so ich habe mir mit fleisch entgegen kommen kann ich kann ja du läufst du hier gerade ohne ausrüstung kommen ja ich kann jetzt auch nicht zurück ich muss schnell was essen sonst bin ich gleich noch mal tot ja kannst du oben respawn und holz mitbringen wenn du mit dem fallschirm unterkommst ich habe um kein ding ach so scheiß weil den letzten schlaftag hast du nicht im vogel waren noch drei stück drinnen wir haben ja einen rausgenommen und dann waren noch drei stück drinnen ich habe auch ein artefakt ja sollte jeder eins von mitten in welchen wir haben ja blut packs so können wir uns die gesundheit auffrischen man manche ja gib mir mal bitte ich schmeiß dir mal zwei hin wie komme ich da an der seite wieder hoch you are injured nein alter jetzt bin ich schon verletzt ja und dann kommt ein gehindertes misst viel man ich krieg schon wieder akkassi ja war es das hier unten müssen wir jetzt wieder nach oben latschen oder wie ist das ja aber hier ist noch hier ist noch eisen ich habe durch die blöcke jetzt wieder halbes leben ich bin auch tot ich bin runtergefallen nein super ich bin geglitscht wie immer voll der fail go soll ich hochkommen oder soll ich unten bleiben nimm dein artefakt mit komm nach oben ja ich hab's das war fail jetzt habe ich noch einmal rüstung in ersatz jetzt wäre ich jetzt echt sauer jetzt wäre ich jetzt echt sauer jetzt wäre ich jetzt echt sauer wo ich nur wieder Farbe na toll ja jetzt werde ich sterben ja die feuerstelle ist auch einfach weg was ist das denn dann wurde die zerstört von Vieh das kann passieren wenn ein T-Rex oder so da drauf tritt dann geht die kaputt ja ich muss jetzt vom Berg runter springen ich bin hier runtergeglitscht ich bin jetzt hier auf der Klippe oben ja ich auch warte mal dann spring ich aber so dass ich zum Rucksack irgendwie noch dran komme hoffe ich komm jetzt an meinen Rucksack dran weil ich bin nämlich wütend wenn ich nicht dran komme ah ich lebe noch aber wenig Energie die Tür darf ich gar nicht hochladen der Kling ist noch im Vogueleimer komplett Waffen drin hey, hab ich grad genommen könnt ihr mal gucken ob ich da irgendwo unten liegt ich bin ja gerade voll am kämpfen und versuch mein leben bei mir zu halten bin auch gleich tot und dann gehen die flücher nicht an oder was unser gern verweiter unter die ganze weiter ja ich komme nicht weg die sind alle vor mir aber wer haut mich dann haust du mich von hinten nein ich glaube gott zurück es hat ihm eine gleiche begegnet und sei kommen wir rüber hier aber wie komme ich da denn hin ring wo war das knapp müssen wir hier unten machen Warst du nicht gerade hinter mir? Ich bin tot. Ernsthaft? Ja, ja. Ja, dann rüsst du dich doch erstmal da aus. Ach Quatsch, ich will jetzt meine Sachen kommen wieder. Ich hab deine Sachen geholt. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Boah, Alter. Muss ich da rüber, Gizmo, oder wo muss ich hier lang? Boah rüber. Ich bin nicht mehr bei euch. Ich bin im Lager. Ich bin das zweite Mal gestorben. Ach so, wer läuft denn da oben in grün? Ich bin gerade auch. Ich sterbe jetzt auch das zweite Mal. Ich hab ein paar Sachen von Gizmo gefunden. Gizmo, oder von mir? Von Gizmo. Wo bist du jetzt, Tyrone? Immer noch unten, oder wo? Ja, ich bin unten nochmal gestorben. Ich bin nämlich nochmal runtergefallen. Klugerweise. Nein, ich muss auch noch irgendwo liegen. Ja, super. Wo muss ich denn lang? Ja, was kann ich denn dafür? Ich wurde von der Fledermar aus die Krippe runtergeschubst. Ja. Da muss ich Wunder lang. Ich hab auch nichts mehr zu essen, ne? Und natürlich, natürlich, ich wurde runtergeworfen, hab den Fallschirm dabei, hab den Fallschirm aufgemacht und bin trotzdem gestorben. Einfach. So, ich hab meine Sachen. WTF hab ich auch? Das war's. Und wieder tot. Super. Sehr gut. Dann muss... Könnt ihr jetzt noch da was bauen? Ne. Ich bin auch schon. Wornseil? Wo ist's mit dir? Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. oben ja ich habe nichts mehr zu fressen keine energie mehr kein leben ist hier oben aber gas und nein ich fall runter ich bin tot so muss man schlafsack sleeping back ja bei mir ist es nicht mehr in die hülle rein und dann muss ich ja ich muss ja auch meinen anderen nein ich muss auch meine ausrüstung holen hallo wir machen wir neue es bringt nichts sonst kriegen wir die vögel nicht da weg wir haben drei vögel dastehen er stand draußen hat aufgepasst wo sind mein vogel später vorne richter noch toll ist dann auch einer und in der höhle und zweimal die klippe gestoßen ja das hat nicht so sollen sein also ich danke vielmals fürs zuschauen haut rein bis zum nächsten mal leute macht's gut tschau tschau und 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 Untertitelung des ZDF, 2020